Hey Kinders, was geht bei euch ab? Oh shit, wenn das schon so anfängt. Ha, ich weiß auch nicht. Bumpy. Ich weiß nicht, was Yellow ist dafür, dass die B gegangen sind, aber ja gut. Die on spot. Die Main Last. Ach, kein Diffuse. Ich hasse Leute, die kein Diffuse kaufen, Mann. Er hätte einfach durchdiffusen können. Mit Diffuse, Kid. Aber nein. Sehr gut, Yellow ist bei mir auf A. Dann ist der andere zufrieden. Er hat nämlich schon rumgemault. Er wollte eigentlich auf B und Diffuse. Mit 1, 2. 1 Main. Nein! Habt ihr das gesehen? Ich bin mit dem scheißgelben Ding hängen geblieben. Ich will vorwärts springen, aber ich springe in die Höhe. Ah, wie ein Gummibärchen. 1 Highway. 3 on A. Jetzt müssen wir aber hochdrehen ein bisschen, Jungs, hier. Die Runde wird geholt, aber auf jeden Fall. Main, bump down. Highway 2. They go on connector, maybe car. Oh, raffiniert. Na, was machen wir denn jetzt, Boys? Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, ne? Wenn wir jetzt alle unten holen. Ah, Bombsby. Ja, es läuft bei uns. Seid schon ein bisschen bei uns. Wobei da jetzt noch nichts richtig Gutes dabei war. Also bis jetzt ist das Spiel komplett neutral. Warum hat man da jetzt nur oben ein paar, wenn nicht alle ultra viel Cash? Nee, nicht wirklich. Nee, gar nicht. Hier zurück, hier zurück. Highway 1. Incoming. Another one in white box. Just let him come, let him come. Ah, der ist mit, ja. Ah, nice. Das war schon nicht schlecht. Das war schon wirklich schön, ja. Also einfach das Teamspiel. Das ist das Wahnsinn, wie die Ansagen. Der Mittelspieler sagt sofort, und so muss es eigentlich sein, an, wenn er irgendwie verschiebt oder wenn er gemollied ist oder gesmoged, er sagt sofort, I'm smoked, I'm mollied, I'm vollgeschissen. Damit wir wissen, dass auch Highway was kommen könnte. Das hat man ganz, ganz selten in random Matchmakings. Ganz, ganz selten. Hoppala. Many steps in main. A main. Air rush. Thanks. Ha! Ich hätte ihn durchblenden lassen sollen und dann noch defusion. Verstehst du? Mal gucken, ob ich hier auch wieder Erster werde. Im letzten und vorletzten Spiel war ich ja, glaube ich, beide Male Erster. Also zumindest in meinem Team. Also ihr müsst wissen, ich mache gerade eine Aufnahme-Session. Ich habe nach den letzten zwei Aufnahmen kurz eine Pause gemacht. Mein T-Shirt gewechselt und habe noch gedacht, shit, hoffentlich ist es jetzt nicht schlimm, weil ich mein Glückst-T-Shirt ausgezogen habe. Aber nein. Oh, drei gegen drei. So schnell kann es gehen. Warum kann der nicht in der Mitte verschieben, der gelbe Pisser? Jetzt könnt ihr mich von hinten holen. Danke, du Lurch. Jetzt stehe ich scheiße da, ne? Richtig kacke. Wobei, sowas verschiebt man doch dann bitte über Highway. Und nicht einfach über City, wie so ein Sack. Geil. Weil ich mich halt auch noch auf den dreckigen Highway konzentrieren muss. Alle Bomben ist da und läuft. Okay, ich bin ultrareich. Ich kann, ähm, den hinter mir schon mal legen. Okay, das kann doch jeder, oder? Hat doch jeder. Ja, sehr gut, sehr gut. Also schauen wir mal. Diese scheiß Switcherei auf die Granaten bricht mich so an. Ich muss unbedingt Schnelltasten dafür entwickeln. Nice. Oh, der Headshot war grob. One main still. Ich sehe keinen auf Highway. Wo ist der andere Lurch? Tja, und das war's. Jetzt wird ein wenig geschwitzt. Ja, Bump ist B. Let's rotate. I'm going to Vance. Vance is down. Coming from behind. Bitchedoodle. Im Moment sind wir wirklich am penetrieren. Mal gucken, wie es auf T-Seite wird. Ich denke, es ist auch ein ganz gutes Team, beziehungsweise an sich ein gutes Team. Ich glaube, mit denen kann man alles gut spielen. Das sollte also passen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Mein Name ist, äh, Swicky. Boah! Die Skillung! Na! Nass mal Swicky, die Slow HP. Nice! Oh, da hab ich natürlich ordentlich reingewibbelt eben. Naja. I'm going to rotate, äh, mid-steps. Er ist mit, er kommt. Ich bin erster, sehr gut, sehr gut. Wundert euch übrigens nicht über die wahrscheinlich recht kurzen Runden. Ich laufe meinen Spot, stehe ewig rum und dann passiert kurz was und das war's. Also das sind ja echt keine langwierigen Fights. Wir stehen einfach zu gut dafür. Also die Mates machen auf ihren Plätzen gute Arbeit und das war's. Es gibt hier nicht viel zu machen irgendwie. Das ist wirklich so ein richtiges Pro-Team. Ich weiß nicht, was der mit Drop immer am Hut hat hier. Drop sagt er, Drop. Wo ist Drop hier? Alter, what the fuck? Ist Drop direkt, wenn man eben vom Boost runter springt? Ist das Drop? Sagt er, dass das Drop ist? Is it incoming? Das heißt doch eigentlich anders, oder? Das hier ist doch Cabin oder sowas. Also speziell dieser Bereich hier. Vielleicht ist das hier jetzt Drop, vielleicht ist das echt Drop da vorne, kann sein. Würde Sinn machen. Klar, die droppen von da oben, von Boost runter. Many steps in my main. Wow, 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 wow. Mit ihm los, Alter. Er hat mich einfach so ultra dem Spot wallbangt. Und da ist er down. Down, 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 down to the bottom of the sea. Und weiter, weiter geht's mit der Pimmelei. Weihnachtszeit. Oh, Bombe ist... Oh Gott, one is mid. So, Jungs, was machen wir? Gehen wir auf der A, habe ich das richtig gehört? Ich dachte, wir walken. Dann können wir auch rennen, wenn die anderen durchrennen. Anseite. Ah! Get out of the plant. Scheiße, lasst mich. Oh Gott. Das ist jetzt ein Geschwitze mit dem Sack, ey. Ich habe aber auch dumm gelegt. Also für mich jetzt in der Situation war es echt hart. Ich hätte auch durchziehen können mit die Fuse. Vielleicht komme ich sogar wieder an die 60 Punkte ran. Das wäre natürlich nice. Aber jetzt müssen wir erst gucken, dass es auch ein Sieg wird. Wir hatten ja auch schon Spiele, da haben wir, keine Ahnung, 10-5 die erste Hälfte abgeschlossen. Und dann kriegt man nur noch auf die Fresse. Ja, one on your spot. Oh Gott, nice. Ich fühle mir gerade, was zu trinken kommt zurück und er hat die Runde noch geholt. Ja, moin. Keiner hat eine Ansage gemacht. Dann werden wir uns einfach aufteilen und gemütlich auf Tam spielen. Kriegt noch Pistolen auf jeden Fall. Boom, bitch. Get out of my way. Oh, das war wirklich im letzten Schiss. Schön Dauerfeuer im Laufen. So machen das die Profis, ne? Ja, ja. Genau so muss es laufen, wenn sie rushen. Man muss einfach dafür bereitstehen. An der richtigen Position und nicht gerade irgendwie Finger im Arsch haben. That's right, we got the brand. Da sind die 50 Punkte schon mal eingefahren. Die 60 sind nicht mehr weit entfernt. Come on, come on! Ich hätte warten sollen, bis der Mate da ist. Scheiße. Sau blöd. Sau blöd. Ich brauche noch einen Attack 9. Ich brauche noch einen Attack 9. Könnt ihr nicht zählen? Muss ich halt wieder die krassen Diegel-Shots drücken. Das ist langer Schmarrer. Ja, so wird es natürlich nichts, ne? Oh. Oh, Blau ist komplett abgefackelt. Guckt behind, Leute. Guckt behind. Guckt behind. Beonspaar. Diegel-Runde Nummer 2. Norm. Oh, Schizzle. Ultra-Denate gefressen. Das war nicht cool. Oh! Oh Gott. Ist da. Das war ein Diegel-Shot, Alter. So, jetzt könnten ruhig die Wins wieder beginnen. Easy, guys. Don't go, man, sagt er zu mir. Wenn ich on fire bin, mein Freund, ja, dann geht's rum. Naja, es war natürlich extrem bescheuert, mit der Bombe vorzugehen. Ich dachte, ich hätte sie weggedroppt, aber ich habe sie die ganze Zeit noch am Sack gehabt. Das war nicht klug. Nein, nein. Nice. Aber dennoch hat es uns zum Sieg verholfen, ja. Muss man schon sagen. Trotzdem war es nicht gut. Ich komme auf die 60, Leute. Ich komme auf die 60 Punkte. Hey, hey, hey. Habt ihr die Bombe? Ja, sehr gut. Ein Auto? Was ist das schon dauer? Ich bin mein Haupt. Ja, mein Haupt. Ein Squeaky, ich denke. Ja, Squeaky. Ich dachte, er ist auf... War er nicht onside, der Kollege? War er in Squeaky drin gestanden? Das war jetzt irgendwie... Das war jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Die Kollegen haben gefroßt. Dude, was? Ich sehe doch schon, dass es auf B sowas von was wird. Oder auch nicht. B-Spot ist klar. Ich hasse es hier, auf B drauf zu stehen. Drei auf einmal. Shit. Ich hole eine, das sind immer noch zwei. Es war einfach, aus einer Person sind drei geworden. Oh, er ist schon auf A drauf. Das ist aber echt ultra fast, ey. Go, 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 go. Nice. Nein, nein, nein. Oh, shit. Fast den Kollegen totgeschossen. We're gonna stay squeaky. Shit, so low up, ey. Oh, oh, oh. Ah. 61 Punkte. So gehört sich das. Und jetzt noch schön der Sieg. Dann bin ich zufrieden. Wow, wow, wow. One quad. Hat der ne... Negev. Ich glaube, der Kerl hat echt mit Negev gespielt. Yeah. Wir stellen uns jetzt, glaube ich, nochmal für A auf hier. Für den finalen Schlag. Die 16. Win-Runde ist angebrochen. Tatsächlich. Catwalk is down. Nein, schon wieder... Stellt er sich vor mich. Das ist wirklich ein Tier, der Kerl. Der merkt es richtig, wenn ich... Der merkt es. Und ich habe ihn trotzdem getötet, ohne ein Maid anzusch... Ah, doch, da oben. Ah, okay. Ja, moin. Da läuft er einfach nochmal davon. Ich dachte echt, der Diffuse ist einfach weiter durch. Und er versucht es irgendwie. Leute, 74 Punkte. Warum haben die denn bitte schön Gold Nummer 4? Verdammt nochmal. Nun ja, auf dieses wunderbare Spiel gibt es für einen, der jetzt noch zuschaut. Eine Duel Beretta Kobalt-Quarz. Oder die Duel Beretta... Tss. Kobalt-Quarz. Tss. Schreibt hier einfach ganz nebenbei natürlich, wie viel Arbeitsspeicher ihr habt. Bei euch. Im Moment. Im PC, im Laptop, im Handy, wie auch immer. Lasst es mich wissen, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.